Beim LK-Turnier des BTTC Grün-Weiß konnte man nicht nur tolles Tennis bestaunen, sondern auch wieder super Wetter genießen. Zum vierten Mal lud der Club aus Lichterfelde zum gemeinsamen Tennis ein Spielspaß und gute Laune. Wir sind heute hier beim vierten LK-Turnier des BTTC über Pfingsten und wir haben super Wetter heute bei dem Turnier. Es sind wieder sehr viele Teilnehmer dabei, nicht nur von der männlichen Seite, sondern auch von der weiblichen Seite. Immer wieder gute Rückmeldung und alle Spieler gehen hier mit sehr viel Spaß an die Spiele, trotz des Wettkampf-Charakters. Zum dritten Mal in Folge zu Pfingsten wagen sich 60 Teilnehmer an zwei Spieltagen auf acht Sandplätze, um ihr Können unter Beweis und auf den Prüfstand zu stellen. Der Wettkampf ist jedoch nicht alles. Die entspannte familiäre Atmosphäre des Klubs ist hier auch nicht zu unterschätzen, sondern in Wirklichkeit das Wichtigste. Das letzte Spiel war ja schon entscheidend, weil es ging bei mir darum, eine Leistungsklasse zu verbessern. Und da ich natürlich motiviert war, zu sagen, Mensch, da musst du alles geben, bin ich natürlich froh, dass das Ergebnis zumindest gestimmt hat. Mit dem Spiel selbst war ich so bedingt zufrieden, aber das geht uns, glaube ich, immer allen so. Ja, war alles super organisiert. Der nette Herr Melchow, der war sogar immer noch früher da als der früheste Schuhen. Immer ein Beutel auf den Lippen, war alles super. Top-Anlage, hat Spaß gemacht. Das Turnier war gut organisiert. Das Wetter hat gepasst. Verpflegung, nette Leute und auch immer alles gut. Das Wetter ist super, Stimmung ist super. Gegner könnten manchmal leichter sein. Aber ja, tolle Anlage und hat wieder so viel Spaß gemacht. Die Stimmung bleibt gelassen. Ehrgeiz und Siegeswille sind aber natürlich trotzdem da. Die Matches sind vorbei, die Gewinner gekürt. Auch dieses Jahr kann der BTTC Grün-Weiß eine Menge glückliche Sieger, zufriedene Teilnehmer und ein erfolgreiches Turnier verzeichnen. Dem nächsten LK-Turnier beim BTTC Grün-Weiß steht also nichts mehr im Weg. Aber ich freue mich, es war tolles Wetter, hier eine super Atmosphäre und ein klasse Turnier. Also insofern bin ich sehr zufrieden. beim BTTC Grün-Weiß. beim BTTC Grün-Weiß